Insufficient Permissions Ach die Map Ich kann dich gar nicht leiden Was? Ich kann dich gar nicht leiden Oh Gott ich erinnere mich doch an die letzte Runde Die war furchtbar So kein Sonn Ich kann sie mit jeglicher Munition versorgen die sie benötigen Bitte kehren sie zurück wenn sie Vorreiter benötigen Achtung An alle Einheiten Das Imperium muss die antiken Technologien in diesen Ruinen an sich bringen Bevor die Republik sie für sich beanspruchen kann Das Szenario dreht sich um das antike Sicherheitssystem der Ruinen Das von zwei Energiepfeilern in der Nähe mit Energie versorgt wird Das System ist jedoch gefährlich Jedes Mal wenn die Pfeiler abgeriegelt werden geben sie eine explosive Entladung auf Ab'. Ab'n! 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 Los jetzt, nehmt die Pfeiler ein und vernichtet unsere Gegner. Ach du Scheiße, direkt drei Stücke. So, ich habe schon mal Kugeln geholt. Ach Scheiße, der Gegner. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, die Map mal wieder gegen Republikaner, ey. Schon so lange ich wegspiele, ey. Du nimmst hier nicht ein. Ich sehe schon was für eine richtig lange Runde. Äh. Ach komm, probieren wir es einfach mal. Ach verdammt, jetzt haben sie ihren schon einen Pfeiler. Komm jetzt gib uns doch mal so einen scheiß Pfeilermann. So, komm, Dings hier, Scheiße, verklickt. Komm, der muss sterben, der muss sterben. Komm, einfach mal versuchen hier. Nämlich mal muss er anfangen. Da muss er nur noch gehen. Oh fuck, noch 53 Sekunden. Heilung. Oh fuck, lass mich aus. Nein, ich will nicht sterben. Ich habe auf die Brühe. Ich habe auf die Brühe. Scheiße. Oh fuck, noch 37 Sekunden. Und. Ich habe auf die Brühe. In den ersten geänden. Ich habe auf das. Okay, ist er, okay, verkackt. Rekonisierung abgeschlossen. Zieht euch zurück. Oh, scheiße. Okay, das war schlecht. Richtig schlecht. Äh, scheiße. Er soll, der wieder sterben, der muss sterben. Die Pfeiler wurden zurückgesetzt. Ich schwebe. Beindruckt. Oh, verdammt. Ach, ist wieder totig, das kann nicht sein. Der Feind hat einen Pfeiler. Der Feind ist umschlackbar. Der Feind ist umschlackbar. Das versteh ich nicht. Ach, komm ich im Herv. Ach, ich greife auf mal die Gegnerpfeiler an. Wir müssen ja irgendwas probieren. Oh fuck, das sind zwei. Ich lenke die mal ab hier. Komm mal her. Dann schubs ich dich weg. Oh ne Scheiße. Verdammt. Das kann nur furchtbar werden. Ach, nicht jetzt wieder so eine Runde. Genauso wird wie die letzte Übertore-Runde. Oh. Gut. Nein, er darf... Da. Verdammt. Alter. Ach, natürlich. Wie hart ich aufs Maul kriege, ey. Die Runde ist unschlagbar. Ach, warum müsste ich da immer wieder hochheilen? Ach, die Runde wird scheiße. Ja. Komm, gib mir die Heilung. Ach komm, die Runde soll nicht so scheiße werden wie die letzte. Was ist denn? Ich werde wieder sterben, das sehe ich jetzt schon. Ja. Alle Einheiten! Sammeln und Anzeige! Ich rede zu den Gegnern. Ich will zumindest ein paar Punkte haben. Wieso ist die, obwohl ihr nichts gemacht wird, direkt beim ersten Angriff hinbekommen? Das ist doch echt scheiße. Verdammt. Ich denke mal,ями als... ... auf den Internet... ... lenkt sich Fymmen nicht ins... Komm, ein Pfeiler bitte! Komm, gib mir uns den ein scheiß Pfeiler hier! Ach, so! Was war denn an Internet lasst? Ah, ich glaube... Komm, 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 komm! Vielleicht ist das einfach da haben das kann nicht sein der klappen können die heilung die gegner haben sowieso gewonnen, aber ich will zumindest noch einen Pfeiler haben oh habe ich diesen kill abgestaubt komm gib uns zumindest ein paar punkte ja immerhin 146 großartig haben wir zwei verloren aber besser als die letzte komm ich auch noch mal kugeln ja du hast 20 Sekunden schaffst komm schnell Auto laufen an machen und trennen 9 8 verdammt das war dumm 5 4 3 1 komm komm ich will die noch aufgeben scheiße 1 Sekunde 1 Sekunde boah mit Husten würde auf dem Video so gut klingen es ist noch nicht vorbei ich bin der zweitschlechteste das ist mir noch weh passiert ach du scheiße warte wie muss ich das überhaupt geben was ist noch kein wenn ich ich gehe einfach wieder hier ich gehe einfach wieder hier ich gehe einfach wieder hier Oh mein Gott ey, 4 gegen 4, toll. Gut ja, richtig klasse. Willkommen in der Arena des Todes von Girada dem Huppen. Ach du Scheiße, gut, gut. Das erste Team, dem es gelingt, das andere zu vernichten, gewinnt die Runde. Wer ausgeschaltet wurde, kann erst wieder in der nächsten Runde einsteigen. Wer wird gewinnen? Wer wird am Boden liegen? Es ist Zeit, die Wetten abzuschließen. Was? Was? Vielen Dank. Oh, nein. Froschhunde, Faulwürmer, geht da rein und zerfleischt euch. Positiv. 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 Da. So, ich bin mal wieder fast tot, wie immer. Natürlich sterb ich wieder als erstes. Wie immer. Wie Froschhunde, heizen den Faulwürmer ein. Was für eine Show. Kein guter Tag, ein Faulwurm zu sein. Kein Froschhund hat einen Faulwurm vernichtet. Die Runde ist vorbei. Sie geht an die Froschhunde. Die Runde ist vorbei. Was ist denn der Typ schon wieder? Geht nicht, während du daran gehst. Ein Froschhund hat einen Faulwurm vernichtet. Ich wollte gerade die Heilung nehmen. Immer auf mich. Kein guter Tag, ein Faulwurm zu sein. Wer ist ein guter Faulwurmkiller? Dieser Froschhund hat dieser Froschhund da. Die Froschhunde gewinnen. Sie haben die Faulwürmer vernichtet. Und ich hab die ihr gegeben. Und ich hab die ihr gegeben. Die Radar dankt euch für eure Brutalität. Spielt mal wieder. Raus da. Och nö, schon wieder. Quests. Ich kann sie mit jeglicher Munition versorgen, die sie benötigen. Und wir spielen wieder gegen Republik. Ich glaube, ich gehe gleich auf die andere Seite. Das von zwei Energiepfeilern in der Nähe mit Energie versorgt wird. Das System ist jedoch gefährlich. Jedes Mal, wenn die Pfeiler abgeregelt werden, geben sie eine explosive Entladung auf. Es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude. Ich bin nicht mehr gebufft gewesen. Das ist natürlich schlecht. Oh, verdammt ey. Wieder tot, ey. Wie immer halt. So das gleiche TV-Film. Dann kann's ja nur furchtbar werden. Ach, warum muss ich nicht mehr so viel Schaden kriegen? Ach, natürlich. Sehr falsche Richtung. Ich bin nicht mehr. Okay. Ich bin nicht mehr johli. Aber ich habe das. Ich bin nicht mehr so viel Schaden. Ich bin nicht mehr so viel Schaden. Okay, die werden jetzt in den Pfeiler kriegen. Shit. Komm, wir stannen. Verdammt. Scheiße. Ich habe zwei Medaillen. Zwei. Ich habe drei. Seid ihr Gegner? Ja. Ich wollte sie echt nicht mehr tragen. Verdammt. Ach man ey, warum müsste die meinen Pfeiler einnehmen und wir nicht. Und wer. Wir freuen. Ach man. Ich will den Pfeiler. Oh. Einer ist tot. Komm, die Bellenpfeiler, Mann Shit Ja, klar Ach, da ist auch noch einer Ja, ich glaube, die Runde wird auch nichts Ah, steht gleich hier wie vorhin 52 Sekunden sind ja noch Zeit Warte, ich muss ihn angreifen Oh, komm, warum haben denn so viel Heile? Ja, ich will auch einen Heiler haben Ja, Michael, einen Heiler Heartbreaker Aber die haben wahrscheinlich mehr Oh, fuck, ich muss hier weg Wohl, wahrscheinlich haben die nicht mehr mehr Die haben einfach nur Kommandos Okay, ich bin tot Ich bin sowas von tot Ja, schau Okay, ich bin weg Stopp Komm jetzt, schnell Gib mir den Pfeiler Komm, schnell, schnell, schnell Da kommt schon ein Gegner Ich sehe es Verdammt Ja, Mann, kämpf doch mal Oh, ist fast weg Er ist fast weg Komm, schnell Ach, da ist ja nur einer Scheiße Wir haben einen Pfeiler Oh, wir haben einen Pfeiler Geil Komm, wir müssen es behalten Ja, Mann, kämpf doch mal Ja, Mann, kämpf doch mal Oha, da soll ich dich rein Oha, da soll ich dich rein Wir werden nicht zeiten Alle Einheiten Angriff So, ich hole noch kurz das Ding hier Demo gegner, ich sehe noch keine So, der Pfeiler ist schon mal da Okay, wir haben verloren Egal Ach komm, ich versuche es einfach mal Ich versuche es einfach mal Zu ihren Pfeiler zu gehen Vielleicht kriegen wir den ja Ach, wie auch immer Komm, Mann Ich glaube, ich komme nicht mal hin Bevor ich sterbe Mann, wo bin ich so langsam So, tot Ich renne jetzt einfach mal hier hin Und ist aber verloren Ich bin sowas von tot Ach, ich schaffe sie nicht mehr Doch, das ist möglich So Ich glaube Warte Obwohl wir doch Heile hatten Obwohl das nicht unsere Liste Das ist unsere Liste Zwei Stück Die Gegner Oh Gott Ich auch nicht wirklich Ja Ja gut Ich bin sowas von Ja gut